Willkommen zu Nerdtum spielt. Ich habe es in Star Citizen dann doch noch mal versucht mit dem Personal Mining, bin wieder in der Höhle rein und habe jetzt hier auch einen Stein gefunden, man sieht, da sind Mineraleinschlüsse und ich habe jetzt auch festgestellt, was ich das letzte Mal falsch gemacht hatte und zwar, wenn man auf den Equipment Manager geht, Utility, dann muss hier bei dem Multitool Attachment der Orbit Mining Attachment sein. Also, jetzt kann ich die rechte Maustaste benutzen, kann das scannen und sehe, wie viel da drin sind. Da habe ich jetzt eine entsprechende Anzeige. Ganz oben, das müsste bedeuten, wie viel das sind. Ne, das ist die Energie, die ich aufwerten muss. Dann Instabilität, wie schnell es kaputt geht. Ausbeute, wie viel ich da rauskriege. Das müssten 10 Einheiten sein und was es ist. So, wenn ich jetzt anfange... Machen wir mal das Licht aus, damit ich das besser sehe. Und dann... Ja... Dann... ... ... Oh! Explodiert! Habe ich jetzt was bekommen? Ne. Dann versuchen wir das nochmal. Das war jetzt nicht so geschickt. So, müssen wir gucken ob wir hier noch irgendwo was finden. Bewegen kann ich mich auch nicht mehr richtig. Ich denke ich habe hier irgendwie Schaden davon getragen. Da, da ist noch was. Ja, er scannt wieder. Wieder zehn Einheiten. Da gibt es einen wesentlich kleineren Teil. Wo ich... So 21, 25, 30. 35. 45. Jetzt steigt es langsam an. 54 war glaube ich nicht schlecht. Jetzt muss ich sehen, dass ich den gleich in den grünen Bereich rein kriege. So sehe ich die Anzeige auch ein bisschen besser. Das steigt immer noch. Jetzt geht es wieder runter. 37. A. 50. 50. 50. 50 ist ganz gut. Jetzt wird er runter. Da geht es weiter. Da geht es weiter. Der Stein war nicht so schwer. Da geht es weiter. Ah. Jetzt habe ich anscheinend ein bisschen was abgebaut. So. Ja, das hat jetzt schon wesentlich besser funktioniert. Sieben hab ich, liegt hier noch mehr rum, da liegt noch was, da ist mein Schiff, da geht's wieder raus, jetzt müsste ich mal gucken, ob ich den Typ hier finde, aber ich glaube ich will jetzt auch mal gucken, ob ich das verkaufen kann. Also wenn man es richtig macht, funktioniert es auch. Dann wieder einsteigen. So. Ich kann auch nicht mehr die Grafikfehler. Dann Flight ready. Und einmal starten. So, und dann müssen wir wieder zurück nach Florville. So. 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 Okay. War auch nett. Wieder Navigation. Was ist das jetzt? Nein, das war nur 3. So, den habe ich jetzt erreicht. Soße. Okay. Navigation funktioniert hier über 2 Schritte. Was ist das? Okay. 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 Habe ich es jetzt überlebt oder nicht? Ich habe es nicht überlebt. Jetzt ist die Frage, ob das einfach nur eine schnelle Methode war, um nach Leuvel zu kommen. Ja, ich habe jetzt nichts mehr dabei. Dementsprechend habe ich wahrscheinlich auch die Ausrüstung nicht mehr gekauft. Okay. 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 Den Nutzack habe ich noch. Das habe ich auch noch alles. Aber das, was ich gesammelt hatte, ist alles gut. Na gut. Aber es hat zumindest mal rudimentär funktioniert mit dem Mining. Das geht also doch. Auf und auf und auf.